So, mein Gesicht voll in HD. 3D, guck genau hin. Total in HD. Jetzt, ernst jetzt. So, meine Lieben, wir gehen ins Wochenende. Den Hedley Nauten habe ich schon geschrieben. Der Andreas und ich, einer meiner Hedley Nauten, nehmen an einem Contest teil. Und ich würde mich freuen, wenn ihr für uns voten würdet. Voten braucht ihr euch nicht anzumelden auf der Webseite, sondern einfach auf Ich stimme für diesen Song klicken. Bitte votet zuerst für den Andreas. Das wäre nämlich ziemlich unfair von mir. Wenn ich sagen würde, bitte votet nur für mich. Das ist doch Quatsch. Votet erst für den Andreas und ruft dann meine Seite auf. Und wenn euch mein Lied auch gefällt, votet bitte auch für mich. Bitte macht dies nur, wenn euch das Lied auch gefällt. Ja, sonst ist es ja Quatsch. Ja, also ich möchte, dass der Andreas 1000 Votes hat nach dieser Aktion und dass ich 999 Votes habe nach dieser Aktion. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. In nächster Zeit wird es wahrscheinlich weniger Videos geben, weil mir fällt einfach nicht mehr so viel ein. Wir werden sehen. Ich werde es wieder meine Spont... Was war das? Piep jetzt? Was? Piep? Was hat das gepiept? Meine Spontanität entscheiden lassen? Klasse. Die Hedley Nauten sind schon fleißig am Voten. Und deswegen bitte votet da für uns. Es gibt nicht viel zu gewinnen. Es geht hier nur um Ruhm und Ehre. Und dass mein Lied endlich mal bekannt wird. Wenn so ein bescheuertes Lied, wie die, die immer lacht, auf Platz 1 in den Charts ist, warum ist meins da nicht in den Charts? Mein Lied will auch in die Charts. Das hat immerhin Geld gekostet, ne? Also, Arrivederci. Wir sehen uns am Dienstag wieder. Am Dienstag kommt ein neues Video. Und tschüss. Wir sehen uns am Dienstag.